Wir haben nichts Unrechtes getan. Jeder andere hätte genauso gehandelt. Es ist vorbei, Schatz. Sie kommt nicht wieder zurück. Woher weißt du das? Hast du schon mal so was Unheimliches gesehen, dass du es unbedingt jemand anderen zeigen musstest? Hey. Hey. Ich möchte dir was zeigen. Der Polizei hat eine Leiche gefunden. Der Junge lag im Wohnzimmer vor dem Fernseher tot. Das Video. Hast du es dir angesehen? Sie reden immerzu von seinem Gesicht. Ich habe dich gefunden. Ihr Name ist Samara. Man hat sie in einen Brunnen geworfen, um sie dort sterben zu lassen. Aber sie ist nicht gestorben. Was passiert da? Ich weiß, das hört sich völlig verrückt an. Wie will er sein? Willst du nicht lieber schlafen, Schatz? Du musstest es zurückschicken. Aiden! Mich haben sie daran gehindert. Mach die Tür auf, Schatz! Rachel, nicht! Lass dich nicht daran hindern. Ich muss dir etwas zeigen. Ich habe dich lieb, Mami. Ich habe dich lieb, Mami. Ich habe dich lieb, Mami. Okay, ich habe dich lieb, Mami. Ich habe dich lieb, Mami. Legite. Statt, Gott. Vielen Dank.